Und dann habe ich mit dem Internet noch viel, habe ich viel geforscht und auch gesehen, viele Arbeiten, die sie machen und sie haben mich einfach überzeugt. Ich habe den Dr. Cejanović entschieden, weil mir einen e-mailen hat hat, wo es nicht zwei, sondern drei. Ich bin in Ordination mit Cejanović gekommen, weil ich selbst herausgefunden habe, was die beste Ordination für mich wäre. Es ist ein guter Freund von mir, der mir gesagt hat, dass sie schon hier war. Sie machte all of her Teeth hier. Es ist wirklich gut. Und sie sagte, du musst du da gehen. Es ist ein guter treatment. Erstmal bin ich in Hungary, weil das ist wo alle von London gehen. Sie gehen nach Hungary, das ist der Ort, wo sie gehen. Aber sie nie zeigen ihre Arbeit online, also können Sie nicht sehen was, was Sie werden. Aber hier, Sie posten alles. Ich bin sehr angenehm, dass Sie sich auf einen Schaden haben. Und Sie sind vor allem, dass sie sich auf den Fahnen haben. Ich bin sehr angenehm, Angst vor allem, zu schaden. Ich bin sehr angenehm, Angst vor allem, wie ich bin. Und ich bin sehr glücklich auf die Tür. Ich habe mich nicht gesehen, dass sie sich selbst nicht sehen. Ich bin so froh, dass alles, was mir Angst hat, ist, dass alles, was mir Angst hat, ist, dass es nicht wichtig ist. Ich habe wirklich gedacht, dass alles alles gut ist und dass alles gut ist. Sie haben mir auch eine Wohnung, gerade Obertra, ermöglicht und auch Flughafen-Transfer. Das ist alles im Preis im Begriff. Sie wissen, was Sie bekommen. Sie haben die Apartment, Sie haben Ihre Fahrer, alles ist geschlossen. Es war der ersten Tag, es war so viel Unterschiede. Nur in mir, was ich das Gefühl habe. Als ich mich gesehen habe, habe ich das gemacht. Ich bin wirklich froh, 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 froh. Es war unerwartet. Es war unerwartet. Es waren nicht so froh, dass man das zu machen kann. Ich bin froh, aber ich bin froh. Ich bin froh. Also, ich bin froh, wie einfach. Ich kann mich nur darauf, dass wir die Zubes sind gestellt aus. Es war sehr, sehr, sehr gut. Ich bin froh. Ich bin froh, dass die Zubes sind quasi auch das Guld hat. dass sie sich um das zu verabschieden, was mir sehr gefällt, was mir das zu sagen. Ich habe mich sehr gut überrascht. Das ist total, dass ich mir die Geburt sind. Ich fühle mich sehr gut als mit dem Geburt, denn ich habe keine Geburt, weil ich nicht so gut bin und so sind. Ich kann mich nicht so auf, wie ich bin, 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 wie ich bin. Ich fühle mich sehr, ich bin, wie ich mich sehr, wie ich mich sehr, Ich bin viel besser und ich bin froh, ich bin froh und ich bin froh. Ich bin viel froh, alles ist super. Ich bin froh und ich bin froh und ich bin froh. Ich bin froh und ich bin froh und ich bin froh. Ich bin froh und ich bin froh und ich bin froh. Für alle Kukavice und eine große Frage, Sie kommen von Dr. Cvejanović. Ihr wird nicht mehr so sein. Ich bin froh und ich bin froh und ich bin froh. Und ich kann nur sagen, vielen Dank. Du hast meine Schmerzen.